Hallo, da bin ich wieder. Ich habe mir gerade einmal ein paar Tipps geben lassen, wie ich mein Let's Play besser gestalten könnte. Ich glaube, ich rede zur Zeit, oder habe jetzt ein paar Let's Plays etwas zu leise geredet. Ich hoffe, ich kann jetzt, man hört mich jetzt besser. Und, ähm, ja, ich werde mal jetzt etwas besser gestalten. Wer spricht denn hier? Hm, weiß nicht, ob die was für mich haben, Quest oder so? Okay, anscheinend nicht. Gut. Am Boss? Achso, schön. Ich werde nämlich Schmieden-Skill müssen. Jep. Ähm, E ist erschaffen. Okay. Und das war's dann auch schwer mit Schmiedekunst. Mal gucken, ob ich hier noch was machen kann. Ah, Illusion habe ich jetzt noch 50, das ist gut. Schön. Ich werde versuchen, die Charaktere etwas charismatischer sprechen zu lassen. 30. Okay. Der will nicht so schwer sein. Ähm, und an sich mehr Stimmung mit Let's Play zu bringen. Ich glaube, die letzten ein paar Sachen waren nicht so gut. Wie gesagt, dieses Let's Play ist nicht wirklich, um Klicks zu sammeln. Ich hoffe zwar, dass es euch gefällt und ich würde mich auch über Resonanz wirklich freuen. Aber an sich ist es nur für mich. Um mein Hauptprojekt, was irgendwann kommen wird, ähm, ja, um es zu pushen, um nicht so ohne einen Plan da reinzugehen. Und was macht diese Spinne hier? Ist er nicht eine Gewissheit? Gut. Ah, schön. Ich werde außerdem hier noch ein bisschen was herstellen. Mein Alchemie-Wissen ist viel zu schwach. Gesundheit senken. Gesundheit senken. So, scheiße. So wenig nur. Äh. 14, was ist ein Unterschied? Gut. Ich hätte hier einfach mal so herstellen. Und irgendwie steigt mein Alchemie-Skill nicht wirklich. Ich weiß nicht, warum. Kannst du was sagen? Nee. Gut. Ich werde jetzt diese Vampire aufsuchen. Hm. Okay. Herren töten. Mal sehen, wo ist denn das? Ich werde von hier wahrscheinlich... Ach, da oben ist es schon. Ist relativ nah. Okay. Ähm. Gut. Ich werde jetzt versuchen, mich von dem anstecken zu lassen. Mit dieser komischen Vampirkrankheit. Und mal sehen, was auf mich zukommt. Man kann den Vampir Gott sei Dank auch wieder heilen. Sodass das keine Wahl ohne Wiederkehr ist. Ich finde es nur schade, dass man tagsüber wirklich schwächer wird. Natürlich ist das realistisch, aber irgendwie auch ärgerlich. Ich will ja nicht irgendwem erwarten müssen. Das Spiel soll mich aber nicht zu stark einschränken. Ich finde das immer schade, wenn so Nachteile einfach nur noch lästig sind. Und die gar nicht mehr taktisches Vorgehen erfordern. Natürlich, ich könnte einfach warten, aber ist das denn Sinn der Sache? Ist das denn Sinn der Sache, einfach zu warten? Während bis es Tag wird? Also mit T kann man hier einstellen, wie lange man warten möchte. Ich glaube nicht, dass das Sinn ist. Ja, in sich. Gut, Vampir ist ganz spannend. Ich glaube, das passt auch zu meiner Spielweise. Ich habe auch eine Zeit über D-Werwolf nachgedacht. Da er meine Spielweise zwar nicht unterstützt, aber erweitert. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass es durchaus Gegner gibt, gegen die ich mit meinen Liebesfähigkeiten so direkt keine Chance habe. Also, da kann ich nicht viel aus... Hä? Habe ich in die falsche Richtung? Scheiße, ich muss hier hin. Oh, das ist ärgerlich. Ja gut. Ich kann mir den Liebeswert nicht viel ausrichten. Liebesfertigkeiten. Und dafür halten Werwolf die perfekte Ergänzung. Ich kann mich verwandeln einmal am Tag und dann auf den losstürmen und den so Matsch. Das wäre natürlich auch eine Idee. Aber an sich bin ich... Ach, wo kommt der schon wieder her? Na gut, helfen wir dem Dorf mal. Nehme ich mal den Bogen. Oh, oh, oh. Was ist das für ein Drache? Drachen, wo wir machen? Zwergenbogen? Wie habe ich den denn? Oh, was ist das für ein Drache? Echsendrache? Komisch. Was soll ich von dir halten Drache? Ich stelle mich mal ins Dorf, damit ich etwas geschützter glaube ich dann. Ein Blutdrache schon wieder. Okay, der macht einiges an Schaden. Aber ich werde ihn mit meinen Pfeilen erstmal geballern, bis er genug hat. Okay, er hat genug. Okay. Oh, da war doch irgendwas. Gut. Ich werde mich erstmal um den Drachen hier kümmern. Ich glaube, wenn ich zu viel rede, bin ich abgelenkt. Und dann werde ich schnell nachlässig. Das ist ein Eis, Drache. Also nehme ich erstmal... ... einen... Ja, das hört sich doch gut an hier. Nehme ich das. Wo bist du? Lannest du auch mal? Ach komm, lande dich doch nicht nur auf den Dächern. Das ist doch langweilig. Ach komm schon. Sei nicht so gemein. Ist jetzt schon wieder gelandet. Perfekt. Gut. Geben wir als Dolch dorthin. Dahin. Dann die Gifte nehmen. Ähm. Hier, Zaubertränke. Nehme ich mal das hier. Ja. Okay. Schön. Und Anglos. Und ich glaube, ich habe ihn sogar schon vergiftet. Okay. Was mache ich jetzt gegen dich? Landest du wieder? Ach du Scheiße, lande doch nicht auf dir. Okay. Ich glaube, Drachen sind irgendwie zu einfach, habe ich das Gefühl. Also, die könnten auch manchmal ruhig stärker sein. Und weiter in die Gange. Wow. Ich glaube es nicht. Wie geil ist denn das? Wow. Das war ja geil, oder? Ach komm, Leute, gibst du. Das war geil. Mann, kommt schon. Also, ich habe eure Dachen getötet. Du dreckige Wache. Mein Gott, Zata. Okay, speichere ich mal ab. Ich denke, das ist ein passender Moment. Nehmen wir die geilen Sachen, die ihr hier habt. Und ich trage zu viel. Natürlich. Dann werde ich jetzt erst mal... Ihr habt seine Sinne in euch aufgenommen. Ich weiß, cool, oder? Komm, hast du mir was zu sagen? Mein ganzes Leben lang habe ich noch nie so einen Hund gesehen. Habt ihr einen Hund auf der Straße gesehen? Ein gutes, starkes Tier, das in der Nähe der Stadt herumstreuert. Nein, tut mir leid. Ich habe keinen Hund gesehen. Auf der Straße läuft einer rum. Ich schaffe es nicht, ihn zu fangen. Und habe ein wildes, treues Tier als Begleitung gebraucht. Wenn ihr ihn für mich fangen wollt, gebe ich euch frisches Fleisch, damit ihr ihn auf der Straße anlocken könnt. Ich könnte mich überreden lassen, ihn zu fangen. Ein kluger Mann verlangt im Voraus etwas für seine Arbeit. Etwas Gold jetzt. Und etwas, wenn ich meinen Hund habe. Also. Okay. Mein ganzes Leben lang wirklich tot. Besucht mich in meiner Schmiede, wenn ihr Waffen oder eine Rüstung benötigt. Okay, ich speichere mal. Wir machen jetzt hier. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Jetzt möchte ich aber endlich was verkaufen können. Das ist doch etwas ärgerlich. Habe ich denn einen Trank, der mich kurzzeitig mehr tragen lässt? Das ist cool. Na. Ja, das reicht, oder? Hier noch was Schwächeres, was nicht so lange wirkt. Ich muss euch bitten, damit aufzuhören. Dieses Geschrei macht die Leute nervös. Wird nicht wieder vorkommen. Gut. Schön, dass wir das gerade geklärt haben. Dass ich mich alle ansprechen müssen. Okay, ich werde jetzt noch was verkaufen. Das Blöde ist ja. Lydia fehlt mir. Also kann ich da meine Drachenknochen nicht geben. Zeit wird zu verkaufen. Ja, ich merke es schon. Ja, natürlich. Ich brauche einen Schmied. Wenn ihr interessanten Fratsch in der Stadt hört, erzähl es mir davon. Schmied. Gut, wo treffe ich denn um die Zeit einen Schmied? Ich glaube gar nicht mehr, oder? Hm. Hier? Waren aus. Irgendwas? Kaum zu fassen, dass man Provinzler wie euch in Himmelsrand herumlaufen lässt. Kaum zu fassen, dass man Provinzler wie euch in Himmelsrand herumlaufen lässt. Ja, komm, lass mich in Ruhe. Gut, ich speichere mir jetzt ab. Mein Gott, kann er mich nicht sehen? Was denkt ihr, was ihr da macht? Okay. Neuladen. Hm, sieht er mich. Jetzt nicht mehr. Ist ja blöd. Gut. Haben wir das schon mal geklaut? Ihr müsst jetzt wirklich gehen. Ja gut, ich werde jetzt hier rausgehen. Und davor warten. Ich glaube nämlich, dass das ein Schmied ist. Dass ich zumindest meine Sachen verkaufen kann. Mal sehen, wir haben 9 Uhr. Ja, muss ich aber lange warten. Gut. Ich hätte auch schlafen können, wirklich. Gerade, aber da hätte ich so weit laufen müssen hierhin. Das ist ärgerlich. Wenn er Trank nachlässt. Ich weiß ja nicht, ob der noch hält. Gut. Ich werde auch meine Stürme einsetzen müssen. Ich werde die Person jetzt... Lass uns nicht wissen, wenn euch etwas gefällt. Ah, ich merke schon. Ich werde die Person, oder ich werde zumindest mich, besser sprechen. Im Gegensatz zu meinem Bruder habe ich keine Probleme mit Spenden. Was habt ihr zu verkaufen? Oh, ein bisschen hier von, ein bisschen davon. Schön, er verkauft alles. Das behalte ich noch, das gefällt mir. Das kann ich ja wieder aufladen. Den orkischen Bogen kann ich ihm auch geben. Den Stahldolch, den feinen Stahldolch. Die verkaufe ich dir. Die auch? Die auch. Ach, komm schon. Gut, hast du denn was für mich, was ich gebrauchen kann. Ja, schön. Nein, das kann ich nicht bebrauchen. Ich verstehe nicht, was ich mit dem... Illusion. Ich überlege, wann das mal zu benutzen. Oh gut, kaufe ich mal. Ich habe erst mal genug Geld. Okay. Dann kann ich auch wieder was verkaufen. Okay, der hat hier wieder genug. Den sollte ich vielleicht tragen, wenn ich... Was hat hier momentan für eine Kapuze an? Okay. Ich mache die auch weg. Genau, genau. Nein. Okay. Sonstiges vielleicht? Niedrige. Genau, kann ich nicht mal gebrauchen. Einen ebenerzbaren. Natürlich. Eine große Seele. Oh, du Scheiße, ne. Haben die alle was wert. Vielleicht. Hm. Ich überlege echt, die zu tragen, weil die mehr Rüstung hat. Verschleichen. Aber schleichen, ist das nicht wichtiger? Ja, gut. Nehme ich den Bogen. Ich brauche gerade... Eine Schwester ist gerade gekommen. Ich hoffe, die stört nicht. Ich hoffe, ich merke die gar nicht. Redekunst kann ich immer gut gebrauchen. Ja, gut. Dann habe ich den auch leer gekauft. Wenn ihr etwas aus meinem Laden stehlt, werdet ihr es bedauern. Ach komm, sei leise. Ich speichere jetzt ab. Gehe hoch und überklaue nochmal alles hier oben. So weit, so gut. Und er kommt hoch. Tja, ich bin nicht blöd. Ähm. Gut. Hier dann wieder raus hier. Ich habe auch gehört, dass diese Hundequest... Die soll interessant sein. Ähm. Dass dieser Hund... Versucht nicht zu hart über Falkenring zu urteilen, Fremdling. Dass dieser Hund wohl doch... Dass man diese Quest machen sollte. Ja, das wurde mir geraten. Ich habe versucht, mich nicht spoilern zu lassen. Was natürlich gerade Skyrim Veteran unglaublich gerne machen. Ich weiß nicht, ob ihr selbst Skyrim spielt und ob ihr das kennt. Wenn ich euch zu viel Spoiler, sagt mir Bescheid. Ich werde es einschränken. Gut, ich bräuchte aber immer noch eine Schmiede. Ich möchte mal wieder was herstellen. Kann ich denn jetzt endlich unter Magie eine Schreie? Ich habe schon zwei Drachenseelen. Aber das ist ein schönes Zeichen. Hier ist Todeszeichen. Wer hält? Hier. Gut. Ich brauche... Ah, eine Schmiede. Schön. Da ist alles gut. Loyalität ist besser. Ich bin zuallererst... Die besten Waffen und Rüsten. Dieses Verkaufen spreche ich jetzt nicht mehr nach. Da habe ich keinen Bock mehr zu. Ich glaube, das versteht ihr auch. Und ich glaube, das ist auch nicht so wichtig für euch, oder? Gut, die behalte ich noch. Die brauche ich nicht mehr. Gut, hast du vielleicht Waffen für mich? Die ich gebrauchen kann? Wow, 17 Schaden. Aber, ja, die ist zweihändig. Also für alle, die es nicht wissen, das ist eine Einhändige. Das sieht man daran, dass die von oben nach unten geht. Also die Axt. Und die hier ist schief. Also die geht von links oben nach rechts unten. So. 11 Erdnur? Nehme ich mal mit. Okay. Gut, ich werde Eisenbarren brauchen. Kauf ich mal alle. Eisen, Erz kaufe ich mir auch noch. Ähm, Lederstreifen. Na gut. Kommen wir uns später drum. Oh, ich habe praktisch nicht so viel. Stell ich mal einiges her. Jep. Äh, eh. Eh. Wow, ich habe mich denn. Unglaublich. Wow, Säbelzahntigerfels. Und, boah. Also ich glaube, weder habe ich hier eigentlich genug. Gut. Wow, hier nochmal. Meine Güte, ich habe ja Fels ohne Ende. Wow, habe ich alle gestohlen? Boah, ich bin so gut. Ich bin das verschlagendste Dieb von ganz Himmelsrand. Hahaha. Na gut. Ich kann nicht auch irgendwo, hat er so einen Schmelzofen? Ich glaube nicht. Okay. Den Eisendolt natürlich herstellen, wie immer. Schlagene Rüstung, woher kann ich das? Äh, ja. Gut. Das waren ein paar Eisendolt hier. Die verkauf ich jetzt wieder. Oh, 30. Damit könnte ich schon auf das nächste skillen. Warum geht die Stufe nicht vorwärts? Na, egal. Ähm. Hier, Eisendolt hier habe ich. 24. Ich habe einen Orkbogen. Nein, der habe ich verkauft. Ich habe echt kein Level. Komm. Ich soll ihm das. Gut. Aber irgendwie trage ich so viel. Warum? Ich habe sogar 100, 100. Ich kann sogar 100 mehr tragen. So, ja, kack. Trage ich so viel, so viel sonstiges? Kleidung? Nee. Gewicht, Gewicht. Na ja gut, leer trage ich ziemlich viel. Grundumbarren. Die wiegen doch alle nicht. Da komme ich doch auf nichts. Irgendwas stimmt doch eh nicht. Bis zum nächsten Mal. Ach, habe ich schon wieder dieses. Nee, daran liegt es nicht. Woran liegt es denn? Nee, voran wohl auch nicht. Welche Zaubertränke? Ja, wohl ziemlich viele. Nee, Essen auch nicht. Die wiegen auch ja nichts. Wobei... Ach du Scheiße, sind es einiger. Die wiegen nichts. Das ist Laune, oder? Na gut. Na gut, die Drachknochen, die wiegen natürlich einiges. Ja. Wie werde ich die jetzt los? Ach du Scheiße, ich brauche unbedingt ein Haus. Gut, ich muss jetzt nur was verkaufen. Also ja, ne, vertrage ich denn zu viel. Ach, viel zu viel. Klasse, was mache ich denn jetzt? Ich kann irgendwo kaum Drachenknochen wegwerfen. Damit mich jeder verlündchen. Ich glaube, schnell reisen kann ich so auch nicht, oder? Aber Falgenring ist eine riesige Stadt. Kann ich ihn auskaufen? Nee, ich habe kein Mokinal zu suchen. Ab nach Weißlauf. Ja, dachte ich mir. Was mache ich jetzt? Ich bin aufgeschmissen. Nein! Dämliche Drachenknochen. Ihr nervt aber auch. Gut, kommen wir mal her. Alles gut. So ja, hm. Klingen, Helme, so ziemlich alles, was ihr braucht. Kann ich dir mal Leder verkaufen? Wollte ich ja eh erst mal nicht. Mal sehen, Leder. Boah, hat mich einiges. Das macht schon mal 90 aus. Gut. Gut, damit war es das. Ich werde mich jetzt nach Weißlauf aufmachen. Und mir dann ein Haus... Ach, kommt schon. Und mir dann ein Haus kaufen. Ja. Oh, der hat einen Drachen gefangen gehalten. Cool. So. Wo geht das denn dann zum... Ich mache es nur ganz bequem. Ja. Sekunde, da hat jemand geschellt. Bis gleich. Okay. Da bin ich wieder. Jetzt habe ich den Faden verloren. Und habe mir unterwegs einfach ein neues Thema ausgedacht. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. LeFloid. Oder mit seinem zweiten Kanal auch Flip Floyd. Er ist relativ bekannt auf YouTube. Und der hat mir halt in seinem neuesten Video einige Tipps verraten. Oh, schön. Jetzt kann ich den hier beklauen. Sieht eh gerade keiner. Dann liegt hier noch Knochenmehl. Den Seelenstein. Okay. Und... Ich versuche halt mehr, meine Stimme einzusetzen. Stimme ist wichtig, sagt er. Das macht natürlich auch Sinn. Ich frage mich, warum ich da selbst nicht drauf gekommen bin. Aber ich glaube, ich war am Anfang einfach noch nicht gewöhnt an das Let's Playen. Ich habe halt... Das war eine ziemlich spontane Aktion. Ich bin halt in die Schule gegangen und habe gesagt, heute Let's Play ich. Und... Ja, deswegen sind die ersten Parts nicht gut geworden. Hä? Warum wissen die das? Möchtet ihr ein Haus in der Stadt kaufen? Prächtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkaufen. Oh, was ein Zufall. Ich nehme es. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Hallen. Ich suche nach Arbeit. Wisst ihr etwas? Jarl hat eine Belohnung für das Töten eines Riesen ausgesetzt. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Hm, riesen, schwere Gegner. Genießt euren Besuch in Drachen. Gut, ich habe mir auch Bücher gekauft. Fällt mir gerade ein. Die werde ich lesen. Die werde ich gerade schon machen können. Hätte ich vielleicht... Etwas... Ach, hier. Da hätte ich vielleicht etwas mehr... Ein weniger Gewicht gehabt. Gut. Die Magie. Das eine ist, glaube ich, eine Veränderung. Herzenschein, Novize, beides. Perfekt. Das finde ich ganz cool. Gut. Illusion habe ich jetzt noch. Heldenmut dazu bekommen. Heldsehen mache ich mal weg. Das brauche ich ja nicht. Lautlosigkeit. Heldenmut. Tja, das könnte ich mal auf meine Kollegen vielleicht zaubern, sogar. Punkten. Das brauche ich auch nicht. Ja gut. Todeszeichen. Das hatten wir ja schon alles. Gut. Warum ich so vergifte... Ach ja, genau. Wegen meiner Rüstung habe ich die Giftresistenz. Gut. Jetzt kann ich erst mal die fetten Drachenknochen in mein Haus liefern. Ich versuche mal den Kerzenschein, was der so lustiges bringt. Erfolgt die mich? Das ist ja cool. Ach, Lydia. Bist du das? Ihre sein mit euch, mein Tane. Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Geht voran. Wie kommst du jetzt eigentlich hier hin? Na egal. Ist die noch da? Schön. Das werde ich vielleicht in Höhlen mal öfters zaubern. Als das Kaiserreich sich dem Altmeri-Bund ergab, rachte es Schande über uns an. Mal sehen. Ich lächte mich auf. Habt ihr etwa vor, alles niederzubrennen? Verdammt, Gott, du kommst. Hä? Kann das brennen? Na egal. Na egal. Irgendwann lass ich hier nochmal Amok laufen. Oder Möcheln, von hinten heimlich. Gut. Hier, jetzt hab ich noch ein bisschen Lavendel. Wo ist jetzt mein Haus? Ich hab schon mal ein Video gesehen, wo das Haus ungefähr stehen müsste. Ich bin nämlich ziemlich am Eingang der Stadt, glaube ich. Hm. Nochmal. Hier raus. Ich glaube, da steht es. Ich glaube, es ist das. Habt ihr euch schon als Seltener versucht? Das Licht ist irgendwie cool. Aber ich nehme erstmal wieder den Dolch. Und da nehme ich mal... Lautlosigkeit. Ja gut. Das will ich noch ein bisschen. Nee, das ist die Kriegsjungfer. Da wollte ich nicht hin. Da. Da hab ich's ja. Mein Haus. Naja. Das ist eine ziemlich karge Einrichtung. Hoffentlich hab ich oben mein Bett und ne Truhe. Perfekt. Hm. Gut. Erstmal sonstiges, oder? Die kann ich verkaufen. Die brauch ich. Weg damit. Hä? Ach hier, er. Ach ja. Den Ebenerzbarren bräuchte ich gleich noch. Die Seelsteine wiegen nix. Das Gold sowieso nicht. Soll ich mit Goldbarren? Na gut, das wiegt alles nix. Ach komm schon. Ah, jetzt ist das Licht weg. Okay, ist auch ein Unterschied. Aber noch viel. Ist das geklaut? Jo, deswegen kann ich's nicht verkaufen. Dann werde ich zum Dieb gehen müssen. Das Lotus-Extrakt gefällt mir nochmal verdammt gut. So gut? Uh. Gut. Hm. Wie viel Uhr haben wir? Gut. Dann werde ich erstmal schon schlafen. Ich möchte ja auch schon ausgeruht sein. Da gibt sich so einen ganz tollen Bonus. Dann werde ich mich jetzt auf die Suche nach dem Vampir machen. Und ich merke gerade, dass ich die Uhr nicht gestellt habe, die ich stellen wollte. Na gut, dann nehme ich heute ein bisschen länger auf. Und los geht's. Wo war nochmal der Vampir? Töte Herren. Dunkle Bruderschaft. Ja. Skittis. Mega halt. Ignorieren wir mal Skittis. Und hier muss ich lang. Jetzt werde ich natürlich noch ein bisschen Illusion. Das kann ich natürlich immer gut gebrauchen. Ich möchte ja schließlich auf die Level steigen. Hier ist anscheinend auch irgendwas anderes. Welcher steigt er? Eine Ruine? Eine Ruine? Eine Ruine? Ach ja, Essen war nicht mehr. Ich habe mich vor allem nicht mehr gegessen, glaube ich. Ach, zwei Klinge. Ach, zwei Klinge. Ach, du Scheiße. Da waren zwei Klinge drin. Was war das gerade? Das hat mir nicht gefallen. Das hat mir nicht gefallen. Ich habe mich nicht mehr. Ich habe mich nicht mehr. Aber ich habe mich nicht mehr gebraucht. Ich habe das nicht mehr genutzt. Sondern ich speichere nicht mal bevor es passiert, sondern ich werde 1 oder 2 Let's Plays dazumachen. Da Skyrim natürlich am Anfang ein relativ einsteiger-unfreundliches Spiel für das Let's Play ist, da der Anfang relativ langweilig ist, also meiner Meinung nach, und da wenig passiert, und es außerdem viele Passagen, wo nichts passiert, z.B. jetzt hier ist es einfach rumgelaufen, hier ist eine Stadt. Gerade deswegen ist es halt unfreundlich, also Let's Play unfreundlich. Deswegen werde ich Spiele spielen, da hinten ist er ja, wo es mehr Abwechslung gibt. Dazu gehört einmal Lego Star Wars und mein persönlicher Favorit, nämlich... Let's Play together mit einem guten Kollegen. Ähm... Oh, ich kann das hier... Hochwertig, ach du Scheiße. Okay, herstellen. Und wie? Ja. Ja. Schön. Ähm... Lego Star Wars und mal ein Special, nämlich... ein Let's Play together mit einem guten Kollegen. Das ist ein Vampir. Sieh an, was haben wir denn hier? Ein verirrtes kleines Lamm? Assassine gegen Vampir. Ein Jahrhundertkampf. Ah. Die Ruderschaft ist also hinter dem alten Herrn her, oder? Dann begegnen wir uns auf gleicher Aufruhe. Gut. Schlag mich. Ach, nü, lass ihn in Ruhe. Da muss ich anstecken. Ach, werde ich hier gleich sagen. Scheißverdammt. Komm, tötte mich. Habe ich schon die Vampiritis? So wie immer das auch heißt? Lauslosigkeit. Ah. Ich glaube, ich will den Schattenstief eh nicht mehr. Ja, gut. Das ist nicht so gut hier. Komm, hier schlag mich. Ja, gut. Ich werde das Ganze nochmal neu leiden. Ich glaube nicht, dass das zu was führt. Und da Lydia wieder rumrastet. Böse Lydia. Wo bist du? Komm her. Wartet hier. Okay. Nochmal speichern. Und wieder mal. Sieh an. Was haben wir denn hierher? Ich weiß, was ihr seid. Ausgebot der Nacht. Nun. Dann werdet ihr hier nicht lebend rauskommen. Ihr hättet nie herkommen sollen. Aber endlich um. Schlag mich. Ach komm Lydia. Du machst doch echt alles falsch. Weiß mich. Hä? Ach, bist du auch ein Vampir? Ja, du siehst irgendwie vampirig aus. So blass. Komm her. Ich glaube, wenn ich diese Vampiritis gleich habe, dann lützt mir auch nichts mehr. Ja. Ihr habt euren Meister gefunden. Ja, ich weiß. Komm her. Ihr erinnert mich an die Katze meiner Katze? Ja. Oh, gemein. Ach komm hier. Muss ich weiter weg können, damit ihr euren Vampirstrahl macht? Aus eurem Fell darf ich mir einen schönen Treppich. Hm. Ich überlege gerade. Ich könnte mich auch gleichzeitig hochhalten. Gut. Komm her. Ich möchte endlich Vampir werden. Ich glaube, wir sind dann oben links angezeigt. Darauf warte ich. Gut. Dann greife ich dich noch ein bisschen an. Herr Art. Das ist das Name. Mal sehen. Was hast du noch so hier? Durchsuchen? Hast du nichts? Halbmutmühle hat nämlich damit. Das wollte er auch. Ich lasse euch leben. Diesmal. Hä? Warum? Na gut, fresse ich dich auf. Hilfe! Jemand wird angegriffen. Ist das dein Ernst? Ach komm schon, das ist doch nicht dein Ernst. Okay. Und soviel dazu. Ach, Heilung. Hallo. Sieh an. Was haben wir denn? Hm. Ihr redet nicht viel. Für irgendetwas an euch ist seltsam. Ihr wandelt den Schatten des Todes. Verschwindet. Verschwindet und kommt nie wieder. Was? Was solltet ihr wirklich nicht herumhungern, Fränder? Was kommt? Hier drüben? Ich will das hier schnell beenden. Was will das euch leben? Diesmal. Das möchte ich natürlich auch nicht. Gut. Zieh ab. Nun. Dann werdet ihr hier nicht lebend rauskommen. Na komm schon. Ich möchte kein Kopfgeld, ich möchte eine Vampirkrankheit. Was halten wir denn? Ha. Die Bruderschaft ist als hinter dem alten Heer, oder? Begegnen wir uns auf gleicher Aufruhe. Jep. Komm her. Hm. Ihr meintest du mich zuerst angegriffen? Ja. Tun möchte ich nicht töten. Ich will das hier schnell beenden. Komm her. Ach Lydia. Du machst auch nichts richtig. Ich lasse euch leben. Ach komm schon. Hier. Jemand muss etwas unternehmen. Ihr wollt mich doch verhasen, oder? Zieh an. Ich sollte meine Sachen nicht mehr wegstecken. Die Bruderschaft ist also hinter dem alten Heer. Okay. Die Heilung. Ja oder? Dann begegnen wir uns auf gleicher Aufruhe. Gut. Jetzt sammle ich unterwegs noch etwas ein. Komm her. Hier bin ich. Hier. Hau mich. Schön. Ach Lydia. Stimmt. Oder? Komm her. Oh ja. Wir müssen weg. Der Vollidia. Die Haut ist ganz um. Möchte der dreckige Vampiritis haben? Eures Leichen hat keinen Platz hier. Vielleicht werde ich mal PSF kriege ich das. Bei mir gibt's keine Gnade. Okay. Hast du noch was für mich? Bist auch ein Vampir? Damit habt ihr wohl nicht gerechnet? Stimmt! Ja und jetzt? Ja und jetzt? Ihr Kampf könnt ihr nicht gewinnen! Ah! Hast du dich verarschen? Bist du ein für ein dreckiges Bastard wie ich? Okay. Wir sind verloren! Kann ich dich essen? Ihr Entkommen! Ich tröse dich nochmal. Okay. Durchsuchen. Ach ich will dich durchsuchen. Widriggold. Düssel. Fertig. Essen. Hm. Habe ich jetzt diese dämliche Vampiritis? Die haben wir automatisch gespeichert? Ich möchte nicht automatisch gespeichern. Ach komm. Ich möchte Vampir werden. Und Lülias wäre alles versaut. Hast du irgendwas dabei? Natürlich hat die Mersis immer mehr Leere. Vielleicht kriegst du noch ein bisschen Vampiritis? Ja, krieg ich auch nicht. Ach komm, das ist mir doch ärgerlich hier. Okay, ich werde diesen Part jetzt erstmal unterbrechen. Und das so oft machen, bis ich die Vampiritis habe. Und dann wieder losgelegen. Okay. Hallo Leute. Da bin ich wieder. Ich habe jetzt ungefähr eine halbe Stunde versucht, diese dämliche Vampirkrankheit zu erhalten. Und ich habe auch in diversen Guides nachgelesen, dass man die ganz gleiche kriegen kann. In einem Guide habe ich dann mal nachgelesen, dass es eben nicht hier geht. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ist das so ein typischer Nahkämpfergegner. Und um diese Vampirkrankheit zu kriegen, muss man von diesen, ähm, da muss man von diesen Lebensabsorptionsstrafen getroffen werden. Sonst kann man die nicht kriegen. Und das Ganze ist halt ziemlich blöd. Im Endeffekt heißt das, ich kann sie hier nicht kriegen. Gut, ich sehe das erstmal als ein Zeichen. Das heißt, ich werde erstmal... kein Vampir... Ach nee, kommt schon. Gut, ich werde neu. Sieh an. Was haben wir denn hier? Ich werde kein Vampir. Ich werde kein Vampir. Und... Ach komm. Nochmal. Ich werde kein Vampir. Erst einmal. Aber... Ich... Ach... Das ist... Ärgerlich. Okay, tut ich zuerst die andere. Die geht mir auf den Sack. Aber ich werde das wahrscheinlich später noch nachholen. Ich habe da momentan einfach keine Lust drauf. Vielleicht werde ich auch werwolf. Es will mir noch niemand sagen. Es will mir noch niemand sagen, was ich werden soll. Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht... Ich werde wahrscheinlich auch den ersten... Post hören, der irgendwas in diese Richtung sagt. Da... Irgendwie ich ziemlich wenig Kommentare kriege. Was jetzt auch logisch ist, da ich halt ziemlich wenig zu sehr habe. Gut. Hä? 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 Warum kämpfen die? Egal. Töte ich ihn auf diese Weise. Okay. Oh. Cool. Geil. Vielleicht wird er auch werwolf. Keine Ahnung. Sag mir doch mal. Helf mir doch mal. Schwierige Entscheidung. Eigentlich... Denke ich mir immer wieder. Vampir werden ist doch voll geil. Das bisschen Nachteil da... Das ist halb so schlimm. Aber in jedem Guide zu Vampiren, der sich immer... Werde bloß nicht Vampir. Und das ist dann nun halt ein bisschen komisch. Ähm... Das macht halt schon irgendwie Respekt. Das macht halt schon irgendwie Respekt. Vor... Vor dem Papier werden. Denke aber ich dann... Denke ich mir immer... So viele Leute können auch nicht ehren. So viele Leute können auch nicht einfach falsch liegen. Ach... Nach Mortal. Da war ich noch nicht, ne? Ja gut. Dann reisen wir zuerst mal zu Stellen. Hier ist auch schon eine Stelle. Ja. Und machen das dann von da. Gut. Wenn ich das gemacht habe, werde ich die Quest abgeben. Neue annehmen. Und... Dann erstmal zu den Graubärten gehen. Richtig im Moment nur Clown. So. Will ich euch mitnehmen? Ne, nicht wirklich. Ich kann euch zu jeder Hauptstadt. Wohin soll's gehen? Mortal, bitte. Wettert wieder hinein. Dann sind wir weg. Jupp. Lasst uns gehen. Besseres Wetter gibt es nicht. Gut. Ich überlege nämlich gerade... Ich such den Typ jetzt erstmal. Hoffe, dass der nicht... Zu nah beieinander steht. Ja, was ist denn los hier? Ist denn der Typ ist ja hier drin? Wahrscheinlich. Ja gut. Dann schleiche ich mich mal rein. Speicherfeuer. Und rein hier. Ach so scheiße, das ist eine Taverne. So, die schleichen wir hier rum. Gut. Damit ist auch der Ork tot. Den nehme ich mal mit. Gut. Und dann geht's raus hier. Es scheint, dass er mich niemand bemerkt. Oh Gott. Gar nicht. Gut. Und wir zurück zur dunklen Bruderschaft. Gut. Ich meine die Mordaufträge sind vielleicht ein bisschen einfach. Aber nur ein bisschen. Das ist ja... Hätte ich nicht hier auf diese dämliche Vampirkrankheit gebaut, wäre ich schon wieder fünfmal zurück. Aber ich werde diesen Parton nicht zu lang machen, da ich viel zu viel aufgenommen habe und viel zu wenig veröffentlicht auf YouTube. Wir müssen reden. Wir müssen reden. Was denn? Also geht. Geht nach Wollengut. Es handelt sich um eine Krütze, die ziemlich weit im Nordosten liegt. Redet mit diesem Armand Moutier. Wollen wir mal sehen, wohin all das führt, hm? Ja, gut. Das werde ich noch nicht machen. Ich werde erst mal die Graubeite besuchen. Dann kriege ich irgendwie diesen coolen Schrei. Dieses Todeszeichen-Ding da. Und dann suche ich erstmal den Typen. Ich werde wahrscheinlich meinen nächsten Skillpunkt auf Alchemie verteilen. Ich finde meine Alchemie-Fähigkeiten sind noch nicht ausreichend. So viele Aufträge, so wenig Zeit. Lureburg ist tot. Wunderbar. Ich sage immer, nur ein toter Barde ist ein guter Barde. Bei all der Singerei und all dem Vorsinn wird mir immer übel. Eure Bezahlung, wie üblich. Wie üblich. Herrn ist auch tot. Ich werde euch zeigen, wie er euch wirksam fühlt und dabei dennoch schnell auf den Beinen bleibt. Ach du Scheiße, hat das viel gekostet. Viel Glück und lasst euch nicht umbringen. Hm. Ja gut. Weicher erstmal. Klaue dem das Gold. Klaue dem das Gold. Klaue dem das Gold. Klaue dem das Gold nochmal. Red mit dem und sag ihm. Herr ist tot. Sarkasmus wäre diesmal fehl am Platz. Ihr seid gegen einen Vampir angetreten und habt überlebt. Gut gemacht. Und wenn ihr euch eine sanguinare Vampirniss eingefangen habt, lasst euch bitte da ansehen. Sonst endet ihr noch die unsere Bar weg. Ja, irgendwie habe ich die nicht bekommen. Es sei denn, ihr habt es die ganze Zeit darauf angelegt. Hier ist eure Bezahlung. Ja, ich habe es auch mangelig, aber sie hat trotzdem nicht bekommen. Gibt es noch weitere Aufträge zu ledigen? Na, ihr seid ja mit Feuereifer bei der Sache. Ich muss euch aber leider enttäuschen. Es gibt gerade nichts zu tun. Kommt später wieder vorbei. Okay, so viel dazu. Hä? Egal, ich speichere nochmal. Und... Wir werden mal gucken, ob ich hier einen neuen Punkt verteile. Ob ich vielleicht zweihändig... Oder... Ne, erstmal nicht. Kaschniefel habe ich glaube ich auch schon genug, das gilt. Schleichen... Die auch nicht mehr, da habe ich auch schon genug drauf. Vielleicht Glanzknecht? Hm, was gibt es denn noch so? Was mein Interesse ist... Schmiedekunst, genau. Ja. Möchte ich das? Schon? Ne, ich warte noch. Mit Schmiedekunst warte ich noch. Weil älterische Rüstungen werden momentan noch nicht besser sein, schätze ich mal. Toll, ich habe irgendwie nicht viel Auswahl. Die Illusion ist ja relativ stark. Das ist ein Aspekt des Schreckens. Ach komm. Furchtzauber? Ne, Furchtzauber habe ich noch gar nicht. Okay. Anni Magus, nehme ich mal das. Ja, mein Gott, ich will es doch nicht nehmen. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich würde es normalerweise nicht direkt nehmen. Ja. Ne gut, das möchte ich auch nicht. Das gefällt mir alles nicht. Ähm, vielleicht Bogen? Bogen könnte ich mal gut gebrauchen. Wo ist ein Bogen? Schießkunst hier. Ich habe das noch mal ziemlich ignoriert. Das ist noch kein Adlerauge. Naja. Naja. Alle Gegner außer den größten, so fünf, sieben Prozent. Das vom Gleichgewicht stoßen ich zurück. Das hört sich doch interessant an. Nehme ich mal den Weg hier. Okay. So viel dazu. So viel zur Alchemie und zu den ganzen Rest, den ich auch noch skillen wollte. Ich speichere nochmal. Muss mich hier verpissen. Weil ich ja von hier nicht schnell reisen kann. Blöderweise. Ah ja. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Da unten. Genau. Jetzt werde ich zu den Graubärten gehen. Ja. Gut. Worüber kann ich hier noch reden? Ich verstehe nicht, wie die wissen, wie, wer und wie das schwarze Sakrament gemacht hat. Vielleicht der Steine noch mehr. Ach so, Flusswald. Ach so, da war ich noch ganz von Anfang. Ähm. Gut. Wo wollte ich denn hin? Flusswald? Hier war statt. Ich glaube, ich wollte hier hin und genau von hier aus, oder? Ja. Genau so war das. Gut. Hm. Dann gehen wir mal eben dieses Treppchen hinauf. Hoffentlich sind da nicht allzu starke Gegner auf dem Weg. Ich glaube, ich habe Lydia weggeschickt. Kann das sein? Die könnte ich nämlich jetzt gut gebrauchen. Lydia, wo bist du? Oh, ich glaube, die wartet da noch auf mich. So ein Dreck. Gut. Hm. Ähm. Sogaranfeste? Vielleicht wartet die ja hier. Wo ist die ja? Ihr könnt Hochbilder heraufbeschwören. Es geht nicht rein. Es geht nicht rein. Doch. Lydia, bist du hier? Lydia. Komm, meine Gute. Hatte ich so nichts zu gebrauchen. So nichts? Ja, klar. Ich halte mich ja. Genau. Wo war das denn nochmal? Diese dänische Mühle. Halbbrotbühle. Aha. Gehen wir mal hier raus. Und jetzt zu den Graubärten. Ja. So. Boah, ich wollte nicht zu den Graubärten. Ich wollte erst zur Mühle. Was mache ich denn hier? Ich bin schon wieder... ...verwirrt. Hoffentlich wartet sie wieder noch. Hör auf mich. Ja, da steht sie. Mein Gott, ist sie dämlich. Ich könnte ja sagen, spring in den Fluss und ich würde reinspringen. Wir brechen, wie ihr wünscht, Hane. Ich werde euch... Sei leise. Vibe. Okay. Ab nach Ivarstadt. Gut. Hier habe ich ja nicht viel Gutes erlebt. Hier war ich ja. Martha Durchreise. Und wurde die ganze Zeit angegriffen. Oh, die Bellen. Cool. Und so eine Pflanze. Und ich werde mal kurz eben meinen Kerzenschein probieren. Nicht schlecht. Gut. Wo muss ich jetzt lang? Ich muss ja hoch zu den Graubärten. Hier müsste ja irgendwo eine Treppe sein, habe ich gehört. Über die Brücke. Gehen wir mal bei die Brücke. Ich habe mal mein Licht, was mich beschützt. Gehen wir mal bei die Brücke. Gehen wir wieder auf dem Weg zu 7000 Stufen hinauf, Klinek? Genau, hier muss ich lang. Ich warte nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hoch. Seid ihr auf dem Weg nach Hochrotka? Welche Liefermünde nach Hochrotka? Und dann mal sehen, was dorthin. Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch. Also Sachen, wie lange Halt passiert. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Und als Gegenleistung? Es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns. Es wäre einfach nicht richtig, für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher. Und die 7000 Stufen, die im Tribut führen... Ja und? Das könnte ich für euch erledigen. Wirklich? Das wäre nett von euch. Nehmt diesen Beutel mit Vorreden. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Das war's schon. Vielleicht verhalte ich ihn einfach. Gibt es etwas, worauf ich beim Aufstieg achten sollte? Es gibt manchmal Wolfsrudel oder streuende Tiere, aber mit mir habe ich noch nichts zu tun. Nichts, womit jemand von dir nicht fertig werden könnte. Ja gut. Achtet darauf, nicht auszurutschen. Bei diesem Wetter können die Stufen gefährlich sein. Okay. Hast du noch was zu sagen? Hallo. Was kann ich an diesem wunderschönen Tag für euch tun? Ihr wirkt ziemlich glücklich. Mein Vater hat mich vor vielen Jahren etwas Wichtiges gelehrt. Er sagte, Wille, vor euch liegt die ganze Welt. Geht und seht euch um. Werde das, was ihr werden wollt. Also habe ich sein Rat angenommen und hier bin ich. Ihr mögt mein Leben armselig finden, aber ich bin zufrieden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay. Machen wir wieder mein schönes Licht hier. Und gehe ich mal hier lang. Das Licht finde ich nicht schlecht. Ganz praktisch. Ah, okay. Haben wir jetzt zwei Lichter? Ne, haben wir nur eins. Okay. Okay. Dann hoffen wir mal, dass wir nicht allzu gefährlichen Gegnern begegnen. Ja. Aufstichwort, ne? Das ist mal wieder typisch. Gut. Gut. Okay. Lydia, hilf mir. Gut. Ach du Scheiße, dann habe ich gespeichert. Hoffentlich mit Lydia. Also das ist mal wieder typisch, finde ich. Hoffentlich begegnen wir nicht allzu gefährlichen Gegnern. Ich gebe euch Deckung. Gut. Nochmal das gleiche. Alter, da sollte das ein kurzer Part werden. Ich habe schon viel zu viel aufgenommen und viel zu wenig hochgeladen. Und hochgeladen habe ich schon vieles aber nicht auf öffentlich gestellt. Ich habe mal gehört, man soll sein Publikum nicht so überfluten. Cool. Vorsichtig. Ja gut, ich packe es weg. Was passiert eigentlich? Ich packe es mal. So. Und was ist das jetzt? Wird das jetzt doppelt so lange? Na egal. Nehme ich wieder meinen Dolch. Wo mal der auch ist. Da. Nehme ich nochmal sein Fleisch mit. Nehmt diesen Beutel mit Vorreden. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe. Dann weiß ich ja jetzt, wo der Bär auf mich wartet. Hoffentlich mache ich nämlich dieses Licht nicht wach. Wahrscheinlich doch. Nur dann, wo ist Lydia eigentlich? Da ist er. Gott sei Dank. Schleiche ich mich mal an. Ich speicher hier nochmal. Und losgeschlichen. Wo bist du denn, Bärchen? Ach du Scheiße. Das habe ich gedacht. Komm, geh aus Licht. Ja. Ja, dann werde ich wohl wieder den Bogen rausholen müssen. Warte, Moment. Kann ich ihn... Kann ich ihn vielleicht besänftigen? Ist der ausgewichen? Ah, cool. Tja, Bärchen. So viel dazu. Hat sich doch gelohnt. Der hat die Ziege schon aufgefressen. Klasse. Komm mit Lydia. Folge mir auf dem Fuß. Was ich bei Lego Star Wars auch machen werde, ach Ziegen, ist, dass ich die Stimmen sprechen werde. Ich spreche hier nur meine eigene Stimme. Und die anderen Stimmen sind ja gesprochen von der Sprachausgabe dieses Spiels. Und von Synchronsprechern halt. Und... Ich weiß gar nicht, ist das da auch so? Vielleicht werde ich hier selbst sprechen, wenn das geht. Was machst du denn hier? Speichern. Anschleichen. Und der hat nichts. Vielleicht auch der Hut vor Wolfen, bitte. Ja gut, lass doch mal in Ruhe. Komm mit Lydia. Ist auch zu nichts gut, oder? Gut. Ich glaube, hier kann ich ja einen Umgang mit den Schreien lernen. Vielleicht kann ich dann endlich auf diesen blöden Schreiskill, wofür ich noch zwei Drachensegel überhabe. Und ich habe auch gehört, je weiter man in der Haupt... Ach, nicht schon wieder. Ach, Schneebär jetzt auch noch. Ach, das ist doch hier eine Verarsche, oder? Komm schon. Ah, zurück. Lydia, Hilfe. Gut. Dann werde ich mal gucken, was passiert, wenn ich Heldenmut auf Lydia mache. Schön. Jetzt werde ich mich in einer Zeit hochheilen. Los, heldenmütige Lydia. Von der Zeit werde ich dann mit meinem Zwergwogen auf den Bär schießen. Schön. Für den hast du noch Lydia? Kann ich das sehen? Nee, kann ich nicht. Der hat noch ein paar Pfeile stecken. Und hier das hier. Und besünftigen. Das ist aber auch ärgerlich, dass diese Bären immer so gut getarnt sind. Warum muss der in Weiß sein? So ein Schneebär. Warum sind Schneebären Weiß? Gut. Ich glaube, ich war gerade bei Star Wars, als ich dieser Bär so unterbrochen hat. Ach komm, jetzt komm. Was ist denn hier los? Ach du Scheiße. Der macht auch schon wieder Schaden. Besänftigen kann ich ihn wahrscheinlich nicht. Also muss ich wohl über deinen Heiltrank schlucken. Lydia, hilf mir. Komm Lydia. Geh in den Nackern. Ich bin der Bogenschützer von uns beiden. Weil ich mich so gut treffen kann, die Viecher. Aber so richtig gut. Komm her. Oh, perfekt. Ich habe ihn sogar ein oder zweimal getroffen. Wie geht's dir, Lydia? Gut, dir geht's gut genug. Wenn ich wieder besenke. Ich sollte mich mal heilen, vielleicht. Ne, ich glaube, ich habe auch diesen Menschenfresseffekt. Der hält ein bisschen vor. Und weiter hoch. Hm. Und ich kommt nicht noch ein Bär. Ich kann nicht noch ein Bär gebrauchen. Ne, den kann ich echt nicht. Ich lasse also Lydia für mich kämpfen. Die wird das schon irgendwie drauf haben. Oder Lydia? So auch langsam. So viel machen wir noch gar nicht. Stung dich mal ein bisschen an. Wenigstens ist hier mal ein kurzes Plateau. Wo mich keinen Bär überraschen kann. Ich speichere mal. Dann sage ich mal mein Lieblingsspruch. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. Und? 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 Drache? Schade. Gehe ich mal weiter. Vielleicht fällt Lydia jetzt auch mal Schritt. Natürlich nicht. Ich habe Angst vor Wolfsodeln. Und vor Giraffen und vor Bären. Mein Gott, ich muss echt mehr auf meine Kampfertigkeiten skillen. Ich merke gerade, wie schlecht ich bin. Ich wollte doch noch meine Rüstung umziehen, oder? Wo war denn das? Die möchte ich ja nicht mehr. Ich möchte jetzt die hier haben. Weil die mehr Rüstung hat. Hauptsächlich deswegen. Und wie fing jetzt aus? Eh nicht. Gut. Dachte ich mir eigentlich schon. Keine Bären mehr? Was machst du denn hier? Komm, vielleicht esse ich dich. Ach komm schon. Ich muss dir unbedingt sagen, es kann ja nichts mehr schief gehen, oder? Ich muss das ja unbedingt sagen, ne? Na, für ein Gold? Ne, was hast du denn zu sagen? Ne, ich möchte nicht klauen. Ich möchte mit dir reden. Ja, bitte. Was macht ihr denn da? Ich wandle auf den Stiefen. Ich meditiere über die Symbole. Ich unternehme diese Reise alle paar Jahre. Aha. Okay. Ja. So viel dazu. Und... Nähren. Das kann ich gut gebrauchen jetzt. Ein bisschen zusätzliche Regeneration. Ein bisschen Leichen essen. Ich habe hier auch so einen schönen Mundgeruch, ne? Jetzt hat sich ja auch mal eine Drache... eine Drache... eine Wache beschwert. Komm schon, lass mich bloß in Ruhe, du Vieh. Ach du Scheiße. Hält mich ja gar nicht. Ach überhaupt nicht. Heldennot. Heldennot. Na gut. Dann werde ich noch mal was machen. Kräfte. F. Gut. Dann kann ich wieder die Schreie nehmen und... oder wird er nicht gemacht. Ach du Scheiße. Was ist das schon wieder? Ach du Scheiße. Das ist eigentlich der Orkbogen. Das ist ja so ein Rasterviech, ne? Gott sei Dank habe ich Nachtsicht angemacht. Ach komme will ich dich nicht. Ich möchte dich treffen. Hast du mich gesehen? Ach komm schon. Ach du Scheiße. Ist der stark. Okay Lydia. Was mache ich mit dir? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Da habe ich doch immer mal was eingepackt. Ich habe gehört, das soll eine gute Taktik sein. Ach du Scheiße. Was ist das denn der? Ach du Scheiße. Komm mit Lydia. Ach du Scheiße. Was mache ich jetzt? Ich will einfach wegrennen. Ich musste ja sagen, es kann nichts mehr schief gehen. Ich muss das ja sagen. Das habe ich verdient. Das habe ich verdient. Ach und er regeneriert sich auch noch. Das ist ja immer schlimmer. Ach Gott. Hoffentlich kommt Lydia vernünftig nach. Lass mich in Ruhe. Ein Eistroll. Meine Fresse. Gut. Ich hätte beruhigen kann ich ihn auch nicht, oder? Natürlich. Welche Stufe sind sie? 50? Nein. Okay. Ich renne mal weiter weg. Es kann ja nichts mehr schief gehen. Was sind wir noch da? Ich habe deinen Lebensberg noch angezeigt. Und ich habe auch fast keine Ausdauer mehr. Ja gut, ich habe Namirachs Ring. Ich glaube, der regeneriert sich ganz verdammt schnell. Ich mag diesen Ring. Gut, dass ich diese Quest gemacht habe. Das wertet sowohl mein Image als skrupelloser Hannibal Lecter auf, als auch meine Fähigkeiten. Ja gut, hoffentlich kommt Lydia nach und kratzt nicht ab. Und das finde ich auch gut gemacht, dass die Gefährten zwar sterben können, aber in die Knie gehen, also besiegt werden und nicht so versterben. Gut. Ich glaube, ich bin da. Das ist die Spendentruhe, oder? Genau. Ah. Äh. Sonstiges vielleicht? Ein Horka-Zahn. Guck mal, ich habe das alles dabei. Okay. Echt unter Essen? Nein, oder? Und ich glaube, ich habe es gegessen. Ja, warum habe ich das denn? Hier wohl eher weniger, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Boah, 200 ist das Ding wert? Ach, ist halt eh keiner. Eine der Zutaten, oder Bücher. Wo finde ich das Ding denn? Hier wohl weniger. Haben wir hier dann Kohl. Ach, komm schon, wofür habe ich diese Quest denn angenommen? Ich gucke nochmal da Sonstiges. Ah, hier. Da habe ich es doch. Ja. Schön. Hoffentlich kommt Lydia noch nach. Ich muss schon sagen, die war oft eine Hilfe. Ich speichere mal. Ich weiß nicht, was hier noch passiert. Wie viel ich noch ausräumen werde. Hallo. Ein Drachenblut. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Ich folge eurem Ruß. Wir werden sehen, ob ihr wirklich über die Gabel verfliegt. Zeigt es uns, Drachenblut. Gönnt uns einen Vorgeschmack. Ja. Ach, Lydia ist wieder da. Gott sei Dank. Keine Angst. Schrei mit uns. Ah, schön. Wo ist sie denn, die unerwitterliche Macht? Fuß! Ja, nein. Haha. Ah. Drachen. Ihr seid es. Willkommen im Hochwort gerade. Hallo. Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sag mir also, Drachenblut. Was? Arngeier. Haha. Ich möchte herausfinden, was es bedeutet, ein Drachenblut zu sein. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen. Die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch gab. Ihr meint, ich bin nicht das einzige Drachenblut? Ihr seid nicht das Erste. Es hat viele gegeben seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal dem Sterblichen. Wer ist Akatosh? Ich hätte auch Problem, glaube ich, spielen müssen. Das einzige Drachenblut dieses Zeitalters sein. Das entzieht sich in unseren Listen. Ihr seid das Einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Ich bin bereit zu lernen. Ihr habt bereits bewiesen, dass wir ein Drachenblut sind. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Du, als Schrei, unternommen. Jetzt werden wir sehen, um Schrei und Fähigkeit zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Dann ergibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Okay. Alle Schrei bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun roh geben. Das ist das zweite Wort von Wunderblut. Roh bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wut, Kraft, um euren Tun stärker zu bündeln. Roh. Roh. Komm schon. Können wir das machen? Ah. Ihr lernt neue Worte wie ein Master. Ihr seid wahrlich mit der Worte. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um einen Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schrei. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Schön. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Roh teilhaben lassen. Was ist dein Verständnis von Roh? Ah, cool. Ah, hier bin ich. Grüß mich nicht. Jetzt zeigt uns, wie schnell ihr euren neuen Kunden anstrengen könnt. Ah. Um die Ziele zu treffen, soweit sie erschaffen. Ach so. Ah, Mist. Okay. Lüb so far! Lüb so far! Schön. Jetzt sieht er wie Gloshar. Gut gemacht. Wieder einmal. Ich bin nun mal ein Naturtalent. Wie Gloshar! Du spruch! Cool, die gehen in die Knie dann. Und jetzt? Noch ein Ziel. Du spruchst. Du spruchst. Du spruchst. Beeinsrollend. Euer Klum ist präzisier. Er zeigt großes Potential. Preziser. Euer nächste Prüfung findet in Boch statt. Mein Stad. Folgt Meister Bori. Bori? Ach, weibst du? Ja, das war's. die stolpern ziemlich es gibt auch ein schrei der hört sich so an das käme davon wanders und der ist cool da kann halt gut leute die gegend laufen lassen uns verlieren und jetzt ich freue mich einfach mal ach so sehr cool es ist noch cooler ich höre es ja holt daneben habe ich über das halbe wissen bekommen noch mal jetzt werden wir sehen wie schnell wir einen neuen schrei mal sehen was macht denn das wulf da wird euch den wirbelwunsch spüren anschließend seid ihr rein meister bori wächst wulf bis mit eurem wirbel den sprint bekorsten wieder schließt jetzt schön es ist erstaunlich wie schnell ihr einen neuen tun erlernt habt bisher kannte ich die fähigkeiten eines drachenblutes nur ausgeschickt vielen dank wie lautet meine nächste aufgabe ihr seid jetzt bereit für eure letzte noch ein schrei das horn von jürgen wildrufer unserem gründer aus einem grad im uralten gotteshaus von usten bleib dem weg der stimme treu dann werdet ihr wieder nicht ok und ihren erfolg war ich hier doch ziemlich langweilig finde ich mal noch weiter hoch vielleicht finde ich ja noch was nein ich möchte raus ich glaube da sollte ich wohl nicht lang gehen lydia bleibt hier lydia kommt zurück komm her bist du blödes weib schön ich werde jetzt hier einen cut machen oder noch nicht hier aber ich mache meinen cut damit dem schön aus blick hier ok bis zum nächsten mal